Jetzt stehe ich gerade an der Alp zwischen Karlsruhe und Ettlingen unter der Autobahnbrücke. Die Autobahn führt nach Freiburg-Basel. Sie sehen an den Wänden der Brücke Graffiti. Ich gehe jetzt auf die andere Seite rüber. Dann rechts haben wir eine Treppe, die führt nach oben. Und durch die Unterführung fährt die Eisenbahn oder führt die Eisenbahnlinie Karlsruhe-Raststadt. Da drüben fährt gerade ein Auto durch. Es regnet leider wieder. Ich muss also meine Tour unterbrechen.